Wölfstunden spielen. Genau. Good luck. Do it live. Yeah, I am. Um 30% erhöht. Geil. Also die sind hier schon ein paar mal gewiped anscheinend. Ah, okay. You love to see it. Der Dark Knight sieht cool aus. Wissen wir ins Terminal? I don't know. Du schwarzer Hurensohn. Haben sie auch über... Ähm... Schaoshu, wie hattest du? Laoshu, ja. Ja, das... genau. Schaoshu. Alright, alright, alright. Also gut läuft jetzt der Sound wieder. Der Spielsound über... Lautsprecher. Und alles andere über... Headset. Keine Ahnung. Du willst ja über das Game neu starten. Maybe. Bei mir bist du gerade nur leise im Vergleich zum Spielsound. Aber das ist mein Problem bei meinem Spielsound. Das... Alright. Ach, die sind eigentlich voll... Heavy. Die... Die Ads? Da muss... Da muss... Da muss ein Teil auf die... Ja, die Miliks müssen auf den einen gehen und die anderen aufs andere. Mhm. Okay. Easy clap. Bumbo laut. Ach, ich konnte es noch nicht einsetzen. Da... Da muss ich gehen. Da muss ich gehen. Fucking kill it. Ahhhh... Ja, die PvP-Mounts sehen aber auch fucking geil aus. Also PvP müssen wir unbedingt machen. Alles im Ausflug wieder mit. Alles! Ich werde healen. Ich habe das bei der Zeppler ein bisschen gesehen. Das sieht total easy aus. Also PvP gehen wir nicht. Ja, schon klar. PvE ist auch easy. Es geht einfach mal. Es geht einfach mal. Hell... Es geht einfach mal. Es geht einfach mal. oder? Der auf sein Tisch gedonnert hat wie ein Bongo. Erstmal hat das auf dem Stream gesehen und dann musste ich das Video von Stoopsi aufmachen, die Stelle suchen und dann habe ich seinen Details-Namen gejugelt und Gott sei Dank einen Artikel gefunden, wo sie über ihn gesprochen haben. Und dann habe ich den Clip gefunden. Was? Ja. War sehr konvolutet, wie ich zu dem Ergebnis gekommen bin, aber it worked. Warum hast du das überhaupt gemacht? Was war denn Ansporn? Ich fand das Video sau lustig und ich wollte es ja posten. Also? So. Alles gesucht. Molding WoW-Players sind immer fun. Ja. Ich kann, ähm, Saka-Mobiler meinen Namen aufmachen. True. Apropos Molding WoW-Players. Was wollte Andi von dir? Der wollte sich die Küche aufräumen. Ah. Neu. Um 11 Uhr abends. Ja, klar. Was wollt man sonst? Ne, ich werd nicht mehr. Ach, das war's schon. Ja, das sind ja nur Trashflügel teilweise. Ah, I like it. Ich mag Trash. Hard Trash. Vielleicht noch Barmode. Bah, Mood Kill. Ne, ich will alles killen. Uff. Uff. Nigga, 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 Nigga. Uff. Disgusting. Ich geb's meinem Samurai-Kollegen. Sechs Stück. Boots, Nugget, Nugget, what? Geil. Bedarf? 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 Kannst du überhaupt nicht brauchen. Bedarf? Bedarf? Ich bedarf da auch drauf. Nur in dir. In das Sackgesicht. Ja, voll. Hey, Chul. Die Trashflügel sind voll. Ah, zwei Items gekommen. Raus hier. Let's go. Gib me the loot, where the loot at. The loot at. The loot at. The loot at, dude. Gib me the loot. Forward and back and forward and back. Nigga, you can't speak through the languages. Tschüss. Ich hab die Titan-Karte bekommen. Oida, ich hab ne Titan-Karte bekommen von gestern. Was? Ja. Wie gut ist das denn, ey? Ja, 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 ja. Sonals. I'm fucking invincible. Woah, okay. Ja, what the fuck? I host my eyes. Ich hab drei Rowena-Marken erhalten. Ausgezeichnet. Kann ich mir jetzt hier endlich gear kaufen? Nein, ihr Schweine. Verschlungene Schatten, fünf. Wie viel Schatten gibt's? Fünf. Achso. Haha, okay. Also, machen wir jetzt. Nein, man. Gibt mehr, oder? Ich weiß es nicht. Fünf hab ich bis jetzt. Ich hab grad nicht auf dem Schirm. I close my eyes. Forward and back and forward. Fuck, ey. And fuck, ey. Kern Sektor 19. 10 Yalme. 1110 Yalme. Werde eigentlich schon gebaut. Kilometer. Nein, wir sind viel besser als fucking Inches, oder wie auch immer die Penner das nennen. Meter. Ne, Meter find ich okay, aber das, was die Amis haben, mag ich nicht. Ja. Ist auch dumm. Ja. Ich glaube, das ganze Volkjabregal hat alles bomben. I'll close my eyes. Oh, jetzt rennen wir auf seine Kralle rum, heftig. Cutscene. Good to see him. Fucking redditor. Fucking englo. Fucking englo. Fucking englo. Fucking redditor. Good to see him. Good to see him. Wie kannst du das Wort hier aussprechen? Weißt du mein Wort der Spanier aus. Come on, Ingellent. Learn to speak. Come on, Barmuth. Ehm... That's a lot a hand. Gibi Giblet spricht ein Gebet. Pray to me, dude. Hey, du bist auch ein Samurai, PogChamp, du bist so klein, small. Gibt es du etwa? Äh, ja. You skipped. I skipped. You skipped, you skipped. Mhm. Skippybub. Du bist ja Kartenbesitzer. Kaskar, Kaskar testa rossa. Alright. Let's do this. Leeroy! Wow. Das will ich als Mount haben. I don't know what this is. Oh, it's too time here. Oh no. I'll close my eyes. I am fucked. Du musst mir zuerst die Herz killen. Ja. Fuck. Oh, sheepie. Wo steht denn der Tag? Schöne. Jetzt sogar... Ey, by the way, der Bleach-Anime kommt zurück. Äh, nicht Anime. Manga. Manga und Anime kommen zurück. Beides. Pog you. Habe ich eigentlich kaum gewesen. Muss ich sagen. Uh, egal. Das höchste Eisenbahn. Ah, das ist auf jeden Fall gut. Das Ende war halt scheiße, weil sie ihn gerusht haben. Aber... Das können sie ja jetzt wieder ändern. Ne. Wird geruscht. Taiti Kubau. Du bist fast verreckt jetzt. Einer auch. Woran eigentlich? Einer noch. Ich habe irgendeinen Debuff oder sowas anbekommen. Gibi giblet. Was hast du da auf dir? Debuff. Ah, das macht die Fläche. Mir jetzt nicht. Ach, bin tot. Okay. Oh, shit. Trinitania ist weg. Whatcha gonna do? Yohohohoho. Okay. Jetzt? Ähh. Ah, ich hatte das Ding auf mir. Passt. Gotcha. Was hattest du auf dir? Das Grüne... Der grüne Kreis... Wenn du den hast. Motherfucker. Kann. Tatscht dich das Viecher an? und du verreckst, weil der Spass genau in deine Richtung rennt und dann fliegt die Drache und nockt dich weg Gegen die Flammen und dann bist du fucking dead und dann krieg ich einen Rest Weil ich nicht in Ruhe ruhen darf Jemand kann der Rest hier Und natürlich auch dead und eben dann die Werner von Chris Von der Warna Ja Problem wenn ich Hatter spiele, du musst niemals seine Ruhe für dich Ja Niemals, fucking suck Das ist der Rest I just wanna get carried Wir haben uns nicht gefangen Der Dragon kommt? Oh my fucking god Ah, wir haben uns nicht gesehen Oh, oh god Ja Ich seh den scheiß Drachen aber auch nicht, Alter Du motherfucker, go away Oh my god Den zieht man, du musst dann mal aufschauen Du musst doch schon schauen, 4Head Warum kann ich den hier lassen? Die ganze Zeit Kostet das viel, Mahner Ähm Ein Viertel meines Mahners Fucking Twin Tarn, ja Warum stehen die alle da? Ne, wir holen sie mal es Eurolink Und jetzt? Dauert es zu lang bis jetzt etwas passiert? Was sieht so aus? Was ist das ausgegangen mit dem Sprike? What? Leute Yo, what the fuck? Was war das? Keine Ahnung Fucking Twin Tarnia, das sucked Shit Mischung aus Titan und Titania Ich hab auch nicht gesehen, dass irgendjemand so einen Debuff hat und da was abgelegt hat Da war auf einmal so drei so Kreise und Ja Dann wurde ich schon noch gebackt Keep moving and spread out after aoe if that happens Okay Keep moving Get it Makes sense, dude Just keep moving forward It's not that complicated Der ist durch die Blut Das ist aber... Wo ist denn der gestorben? Kannst du mal jetzt? Bestimmt gegen den Flammen Das regt mich am meisten auf, wenn es irgendein Verrückung rumkommt Get away from me Oh Haben wir drei Samurais, ja kein Wunder, wir haben keine Buffs Oh shit, das stimmt Ich bin so dumm Ich bin so viel Samurais Tot? Fireball Da bin ich letztens verlegt Keine Ahnung, was wir machen Ah, okay Den soll man nicht solo in Herzeit So cool, guys Nee Ähm, ja Soak Ist das Wort Soak with me, Bastards Super, ich bin verreckt wieder Soak with me Ja Will ich aufstehen? Eigentlich nicht Das ist keine Wahl Der hat jetzt rusht mich das Viecher, ne? Ja What the fuck is it? Ah? Ja Das haben's alle gedodged Jetzt Der hat's Oh mein Gott Das hat jetzt viele Leute gekillt Versteh das nicht? Ich schon, ich find das so schwer zu dodgen Wo ist denn der Typ? Dahin? Wo ist denn der Typ? Oh shit Oh shit Motherfucker Einmal Kannst du ja wenigstens einmal dodgen Wo ist denn der Typ? Oh shit Ich bin nur noch ein Oh shit Und ich bin nur noch ein bisschen Ahhhhhhhhhh Skip! Ja, was soll ich da machen, wenn ich den Dot drauf buche und den Fireball zu anderen laufen will? Jupp Ich schaue mich zu euch, das will ich cap rein Ja, ich bleib nächstes Mal rein, einfach stehen, fuck it I shall never move out again Ah ja stimmt, Buffhood, ganz vergessen Ich glaube Sound wäre gar nicht schlecht hier, aber ich muss für jetzt genug Boah syllable Hhhhhihihi Du hörst nur Ritsch, Ritsch, Ritsch Ach man Hawaiian noch einen Samuel Hey, wir haben's gesoldt, im Pokerchen. Ah, untot ist er, untot ist er. There he is, easy clap. Hat mich voll erwischt, bin tot. Das ist so scheiße, man. Wundert mich, dass mich der erwischt hat, ganz ehrlich. Das ist so scheiße. Ja, sind beide Heiler tot. Ja. Ja. Riggidy, riggidy. Na, ich würd sich nix für... Ich hab aus dem Quark, ja. So wie ich mich kenn, hab ich's wahrscheinlich gehabt und verkauft, aber... 15% pariert, ich kann parieren. Bock. Es wird gar nicht mal so, dass der Sturzflug einen selber killt, aber wenn man gegen die Außenwand fliegt, dann stirbt man hinste. Ja, das Feuer fickt dich. Aber du kriegst auch nen Debuff, wo du mehr physischen Damage abbekommst. Und dann macht's, also kann ich das auch killen. Ist mir vorhin mehrmals passiert. Aber ich werd besser am Dodgen. Jetzt hab ich's verschrien, jetzt krieg ich voll auf die Fresse, aber... Ich hab trotzdem den Eindruck... Ich würd gern weiter rauszoomen können. Ich werd über den Gäste gefahren. Let's do this, Leeroy! Ihr wird schon loszaden von Draco, Leeroy. Okay, cool. Ist aber auch n schwieriger Fight. Ja, das ist ein ganzes Wettbewerb, das ist ein ganzes Wettbewerb. Man bleibt ja nicht einfach vorne stehen, da wird er oft hängt auch mit Tank-Tank. Ah, die fände zu mir... Ja, dann ist es echt kein Problem. Where is it? Oh shit, F-Gasus. Ne, ich hab's nicht gefressen. Voll gefressen. Keine Ahnung. No, no, no. Du motherfucker ey, genau bei mir gespawned. Schweine Eimer. Jetzt? Jetzt? Go away! Wo ist er denn? Ah, er ist weg. Haben schon. Du, Frau, das ist dreimal. Eieieiei, dreimal. Crazy. Bis den Titane an den Arm streben. Die ganze Samurai-Geräusche, Alter. Das ist so gut. Da ist leider gar nichts. Ritsch, ritsch. Neuralink. Oh shit, es kommt. Und nochmal. Where is he? Ah, bei mir. Alright, alright, alright. Jetzt muss man in den Kreis, oder? Ne. Noch nicht, oder? Jetzt hat... Okay, und jetzt? Na, nachdem wir aus dem Kreis raus sind, müssen wir uns bewegen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Es hat Ghibli-Ghiblet vorhin geschrieben. Mhm. Okay. Keep moving. When he casts Twister. Ah, Twister war das, was mich vorhin gefickt hat. In the build twist. Und einen kleinen Charred King des Orbs. Headspawns in dem Middle. Ich will keine Heads, ich will den Boss-Tag. Oh, muss man hier drin bleiben? Ja. Ah ja, stimmt, der A-E kommt. Ist das Dispers? Ja, 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 fuck. Ah, jetzt muss der Twister, okay. Ah, I'm kinda retarded, you know? Was kostet der jetzt hier? Nix, okay. Heads Twister, okay. Run, 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 run. Was denn? Ja lol Leute, alle gefickt. Ich bin gelaufen. Ich bin gelaufen. Alle gefickt. I was running. Dude. I did run. Into your death? Ja. Das hat euch echt alle zerfetzt außer mir. The fuck. Das ist ein Cast. Das ist ein Cast. Karsten. Warum haben wir eigentlich nur zwei Limit-Break leisten? Weil wir, ähm, Glowbobs sind. Keine Ahnung, weil die Spassunggruppe nicht ganz groß ist. Wir haben keinen dritten Schattin. Wir sind zu trash. Weil... Vor allem mich, also für Mechanics, wie ihr frisst. Wahnsinn. Little Green Tornadoes on the floor. Bitch, bei mir war kein Green Tornado und ich wurde bis in Jordan geballert. Was für ein paar Tage von der Gitarre zu sehen. F**ken f**k. F**king f**k. F**king f**k. 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 Scheiße ist auf mir. Fuck. Welcher Heal ist das, der mit Schilden healt? Das ist der Baum. Krass. Keine Frage, ich hab schon wieder auf mir. Wir sind jetzt in Karsa geboren. So, jetzt ist das Kuss. Ich hab keine Ahnung wo er ist. Oh shit, oh shit. Ja, voll erwischt. Das ist so heftig, Mann. Ich würde das... Oh shit. Okay, cool. Jetzt? Ja, da hat er bis jetzt immer einen an. Mit dem... Und daher kommen wir dann. Okay. Alright. Ist dann der Tod, ja. Heiler ist tot, okay. Nein, jetzt sind wir. Was war noch den Bebuff? Ja. Ich werde 4 Kippen schlagen. Ja, ich hab den... Der hält ihn auf. In 22 Sekunden. Wow. Und ich hab einen Stack davon. Motherfucker. Oh shit. Wo kommt er her und sie ist nicht? Ja, im fucking Wrecked. Hä? Ich komme gerade nicht drauf. Ist er wieder bei mir? Ist er auf dir? 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 I swear to god, ey. Dieser shit... Shit, ey. Das Cockposs. Du hast 0,01 Sekunden Zeit, um zu reagieren. Er kann halt auch überall sein. Ja. Du siehst halt nicht viel, wenn du so lange gehst, ey. Soll ich ver... Alter, das ist bei mir immer so, wenn ich rede, kann ich mich nicht konzentrieren aufs Spiel. Ich bin Samurai, ich muss mich nicht anstrengen. Vielleicht. Ähm, klar. So, diesmal lauf ich nicht raus, bevor er den AOE macht. Ja. Gottverdomme, Alter. How dumb can you be? Pray. Come on, England. Kann jetzt raus? Ja. Probably. Wirbelsturm. Okay, I'm running. I'm running, dude. Und? Bin tot. Pocketjam. Oh, okay. What the fuck? What the fuck, Jungs? What the fuck, what the fuck... We did... Green my ass. Ja, das ist wirklich nicht. Versteh's nicht. Literally green my ass, dude. Ah, da oben. Okay, hab ich's auch mal gesehen. Ja, und wenn du nicht gerade drin stehst, dann knock dich das Ding auch back, auch wenn du gar nicht dran stehst. Also du musst anscheinend echt einen gewissen Radius weg sein, damit dich das nicht knock backt. Ähm, ist das dieser grüne Kreis am Boden, diese kleine? Ja, ich find den nicht klein, der ist riesig, aber wenn er riesig ist, dann bist du eigentlich auch schon tot, wenn du den siehst. Ja, also wenn er sich ausbreitet. Aber was ist der Indikator, dass das da ist? Wirbelsturm, das ist ein Cast, den er macht. Ja, der ist da, wo du gerade bist. Nee, das hab ich noch nicht überrissen, wo die Scheiße spart. Das wäre halt das Wichtige. Das ist für mich komplett random, wo die Scheiße ist, und das hat verrecklich ständig. Hahaha. We stand that thing, I don't see any small numbers anywhere in time to dodge it. Ich stehe drei Kilometer weg und dann lock mich nach Afghanistan. Ah, ich bin der Führer jetzt, alright. Neue DD suchen. Okay. Reiß amorei, yo. Komm, gib uns das hier. Ja, das ist so eine... Arme ist klasse, jeder spielt. Fuck, Gott, bitte. Oh, das ist herrlich, ey. Rejoice, my brothers. Wenn der Cast ends, it's a little orb. Okay. Ja eben, genau, wenn der Cast vorbei ist, bin ich fucking dead. So sieht's nämlich aus. True, dude. Fuck the Mentor. Fuck you. Fuck you. Ja, echt, ey. Keine Swagen. Und? Oh, warum Black Mage? Warum kein Blue Mage? Oh, Mann ey, warum kein Samurai, dude? Gibt's halt einfach zu wenige von der Klasse. Echt der am meisten gespielte Klasse. Aber das Gute ist, der Black Mage bringt auch keine Buffs, also er ist quasi ein Samurai. Let's go, dude. Ist halt alles Wichser, jeder Einzelne. Hahaha. Hahaha. Ah, jeder Einzelne. Einen, was würde ich um einen Baden geben? Ich tausche drei Samurai gegen einen Baden. Hahaha. Ja, ich spiele einen, aber nur mit dem Saxophon. Ich mache keinen Damage. Hahaha. Ja, das ist mir auch recht. Scheißegal, Hauptsache. Was Besseres ist nur fucking... Gut. Nee, nee, nee. Fuckin' Mets guy. Fuckin' Mets guy. Fuckin' Mets guy. Fuckin' Mets guy. There's no jelly. I'm mad. I'm not jelly, I'm mad. You gotta keep moving to avoid the Twister. Man, bro. Yeah? It doesn't work. Fuckin' melee Klasse, du. Fuckin' Fahad, Alter. Just move Or just move dude You idiot Why are you playing this game? I'm dying to this mechanic every single day I eat a mechanic every single day Just to tell you what a fucking idiot you are This is a bad game This game This sucks It's like Shokobo again He's so behinder that guy Talk to him, just leave him I want to see Let people enjoy things Except Naguhura She can't get pissed Nekuhura Nekuura Nekuura Perfect Perfect The Final Fantasy community simpt not because they are more cat girls That's the secret That's the secret Everything I need Meet back woman, btf out To power and see your bitch Stop dying mister Is this a samurai Was this a samurai? Is this a panku? The dark knight? Of course There are almost so many And they kill me Damn it I have the mechanic on me Please soak Please soak Thanks Six Jawohl, my samurai brothers and a healer So will I do Shit You shouldn't have to carry me That's right I love to get carried That's right That's right That's right I can't move Oh no Oh shit Is this a mechanic now? Yeah Oh, I'm also in there Hahaha Hello Pog you Let's go all the way Great idea If you're in there, you don't have damage I don't have to do it And you don't have to do it True So Where is he? On me No No Go away I'm already I'm already I'm already Oh no How? How? How is this possible? Hmm? Oh, I have it Yeah, great Oh The catboy The catboy Clapper king prime dude Fuck this game Fuck this catboy Fucking I'm Thanja You Heudiger Hucherson Ah The catboy Fuck this shit fucking damn fuck this God 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 Was ist ein Teamlander mit mir? Oh no, where is he coming from? Oh shit, dude I fucking hate this mechanic Oh no, no, fuck Where is he? Fucked up Ja, I'm dead Wir sind so blöd So blöd für den Fight Ey man, da kann ich nichts für Ich weiß nicht, denn wüsste wie weit er mich knockbackt, Alter Ja, ich weiß es auch nicht Ich hab gerade erst gecheckt, dass es tatsächlich eine Rolle spielt Was für ein Scheiße, ey Ich will nicht gerestet werden, lass mich liegen Okay Fuck das Game Dumme Testarossa-Sau hat mir aufgehoben Schwein I come to the club, ja Fuckin' dog shit Oh, ich flieg wohl die ganze Map, oder du scheiß ich dich ins Feuer rein, ey Nice Ja, was soll überhaupt der Indikator zeigen? Der Indikator zeigt nur wer getargeted ist Ja, aber der fliegt dich halt da nicht an, irgendwie Nö Achso, okay, da ist halt dein Segment von dem Bei dem Battlefield hier Wo du da stehst, okay Eigentlich sollten wir da klumpen Gern? Klumpen Ja Nicht raus You idiot You idiot You idiot Oh my god Oh my god Du bist grad Wie ist Sonic an mir vorbeigesprintet Oh, und ich... Er ist mir einfach weggeboxt Ja, ich lieg hier schon wieder im Feuer, ey Na, kriegst du jetzt? Nein, lass mich lieg Motherfucker, ich lehn ab Ich lehn ab Ich lehn ab Er ist gleich explodiert, jetzt nicht Vorhin ist echt gleich explodiert, jetzt nicht I... I don't see fucking shit, dude I'm just getting buttfucked Nur nicht genug mana zum fucking grenzen Was ist jetzt los? I don't know, hier ist Ned Der Furchtritt auf mich und kill mich ist Zett Hahaha Oh my god Now I see them This fucking fight, dude Das ist der perfekte fight für den Samstagabend Das ist so ein Trash, man Sau lustig, das ist ein richtiger Gahol-Fight Das ist so ein Trash, ey Das ist ein richtiger Gahol-Fight Das ist so fucking Trash, ey Woosh Voll in die Flammen rein Woosh Geil You targeted... Instant tot Voll in die Flammen rein, ja Instant tot, ey Just keep moving, dude Dann renne ich, Alter Und... Weiß nicht mal, woher er kommt Ich krieg so in Panik Wenn der da... Sturzflug macht Ich weiß nicht, woher er kommt If you run in... Bro Was für Tornados Sobald ich den Tornado sehe Bin ich fucking dead Ich hab das Gefühl, dass sie alle Instant ausgelöst werden Wenn einer drin steht Was für Tornado ist Just avoid each other And walk to the edge of the arena If you see Twister-Cast To the edge of... Ja gut, da lande ich sowieso Also dann kann ich da auch hinlaufen Ja Klar, warum nicht Oh, eben Und schon klappt Nein Das ist ja Zeit sparen Ja Fucking total Wow Warum krieg ich Damage? Was soll das? Weiß ich auch nicht Alle kriegen gerade ein bisschen Damage Alle keinen Bock mehr Trashfight Hehehe 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 Fucking dog shit Fucking dog shit Hehehe You sucks Doggy stuck We're we're the heals Hehehe The heals Wow Poor Im boost gelassen Ich will BEAUSTEN Im RPG spiel Ich will nur Im MPO spiel Twister-Cast Ich will also boosten You're a fucking dummer Scheißdreck Also ich würde es hart drauf gehen Weil ich schlussflug auf BKLUPPT Ja Instant Doping Instan doping Das ist ein Bodisurteil. Okay. Das macht wieder mit dir. Was? Jetzt bin ich wieder in Mechanik drin. Ja, ich muss soaken, dude. Sorry, bro. Soak mal bei dem Black-Fish-Pakko da. Soak mal. Half-half jetzt. Noch mal so eine Phase und dann... Easy-Clap. So, where is she? There she is. Easy-Clap. Ah, auch nicht. Das ging jetzt. Vielleicht kann ich allen währenddessen. I got dragged. Ah, da auf der Seite. Andere Seite. Easy. Okay. Bis jetzt. Oh, oh, oh. Oh nein, ich bin genau reingelaufen. What? Ich hab mir aber nichts gemacht. Ich bin genau reingelaufen. Nee, ist er nicht. Nee, dann war's der Black-Mage. Das war der Black-Mage, ja. Schwarzer Hupen. Das war halt so weird. Ich hätte sowas von gefickt werden müssen. Ja, ich denk mir immer, jetzt werde ich gefickt, dann werde ich nicht gefickt. Und wenn ich denk, ich bin safe, dann ballert der mich in die Flammen rein. Ja, genau so ist es. Makes sense, ja. Ich bin auch so. Toll. Das ist Japanese Racism towards me. Solltest nicht, das heißt, ich beleefene, dass ich was gefickt habe. Ja. Einfach immer Black-Pilz sein, dann geht das. So, ich mach's gerne noch einen Sturzflug, oder wie war das? Ja. Jetzt hat... Ach, scheiße, soll ich den Healer nicht gehen zuerst. Fucking trash, dude. Nein, fuck. Fuck. Scheiße. Oh no. 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 All right, wipe. Wipety wipe. Na wie immer, Heiler schuldig. Fire. Ja. Der hat dich voll ins Feuer geballert, ey. Ja, voll mit der Schnauze reingedrückt. Jawoll. Schön. So, wer lief jetzt? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Hoffentlich alle. Oh, du musst rappen. Ich muss rappen? Ich muss rappen. Na, wie geht das jetzt hier? Nicht. Gar nicht. Ich weiß es nicht. Wenn wir den Beruf nicht haben, wird es nicht gehen. Jetzt sagen wir, wenn wir jetzt auf Null-Haltbarkeit sind, dann legen wir die Gruppe, rappen und melden uns mit anderen an. Oder landen wahrscheinlich wieder in derselben Gruppe oder gar nicht. Dann kannst du doch einfach fragen, was man macht, wenn man Zero-Haltbarkeit hat. Ja. Kannst du auch machen. Ich hab keine Zero-Haltbarkeit. Aber ich, vor allem für mich. Nee. Fack für den Freund. Ist ja awkward. Fiff, hey geht's. Fiff, 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 hey geht's. Fiff, 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 fiff. Ich verstehe nur, kann du nicht. Ja, get fucking wrecked. Ja, aber ich lau weg. Ich lau weg. Geh mal du, ey. Mein Lieber. Ja, jedes Mal. Dreimal hintereinander jetzt. Jawoll. I'm dead. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das kommt drauf. Oh, das kommt drauf. Ja. Dann hab ich jetzt echt nix sehen. Ich bin am überlegen, ob's da nicht am besten ist, einfach in der Mitte zu stehen, damit die dich nicht nach außen locken können. Den Limit kannst du ja weghalten. Ah stimmt. Healers adjust. Ich glaub auch. Weil es gibt ja keinen debuff. Nee. Das war fake dieses. Fake. Doch, es gibt einen debuff, aber den kriegst du nicht davon. Ja. Ich dachte, du meinst das mit den davon. Dann ist halt echt kein Problem. Stellen wir uns einfach in die fucking Mitte und fuck it. Boah. Das war fucking knapp. Das war ein Millimeter. Das war ein Millimeter. Ja. Das steh ich einfach in der Mitte und krieg's nicht einmal ab. Talk. Fuck. FiveHead, dude. SixHead. FiveHead. Weil keiner in der Mitte steht aussieht. Das tut ihr ja. Die drei Leute waren schon tot, ihr Motherfucker. Pepe, please. Pepe, please. Pepe, please. Pepe, please. Pepe, please. Pepe, please. Ah, verschiedene Gäste-Penner drin Wir haben es jetzt zu früh rausgelaufen Fake news? Nee Wow, das sind die Wirbel Ah, das sind die grünen Dinger, jetzt! Alright, alright, alright Aber du darfst einfach keine Sau reinlaufen Ich bin betäubt, der Penner rennt zu mir Ab Okay Ich halte einfach mein Hott auf dir, okay? Wie, was hast du nicht die ganze Zeit gemacht? Du bist so racist Weil du, weil du fucking Malachs kennst du das Notiz an dich Du siehst den grünen Kreis nicht Wenn er direkt auf dir spawnt Und du dich nicht bewegt hast Oh, ja Set hat mir das gekriegt Krass Hab's gesehen, aber das One-Shot Ja Du bist da gestunnt Und wenn's an dir dran ist, bist du fort tot Boah Ach komm Ich bin vorhin gleich wieder tot Weil ich die fucking Mechanik abbekomme Oh scheiße Ich hab so'n Orb abbekommen Toto ist runter Komm on, Pepe, please Pepe, please Pepe, please Somebody limit break Do it Oh ne Limit-Break, easy, easy clap, easy as possible of my life dude Ja, eigentlich ist das nicht schwer Oh my f***ing God Eigentlich musst du nur in der Mitte stehen bleiben und overheal die ganze Zeit Ja, true, Highlight-Job wie immer Ja, eigentlich schon Man, die wieder Mechanics, ey f*** das Harder than Ramu, am I right? F*** das gayboss Wie ist das so toxic? Gier Need Need Was macht man eigentlich mit diesen Ältersteinen? Waffe, Rumpf, Rumpf? Das werden wir herausfinden, wenn ich alle bekommen habe Du brauchst, glaube ich, nur eins pro Ding I want them all, I want them now Jetzt kommt der Phoenix und dann, boah, Mut Du kriegst ne fette Ehrung, ah du bist schon weg Okay, in der Moment Wow Geil, ich hab alles bekommen, weil ihr jetzt gelieft seid Ja, macht ja nix, das war eh nix was ich da brauche Kommandobrücke bin ich jetzt, du auch? Ja Allergisches Woatsnugget, was macht das? Ne, der Phoenix kann jetzt gar nicht kommen, kommt nicht zuerst dieser, hier, Galear Die Fotze Dallamut Ach die, ja Ich dachte, das wäre der redditor, aber es ist Alize 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 Human als ein WoW sind Wo du einfach nur mehr Leute hast Weil du mehr Panner hast, die verkacken Wenn du WoW-Rates mit so wenigen Spielern wie möglich machen kannst, dann ist das wahrscheinlich echt leichter. Als wenn du das mit einem 20-Man-Team machst, wenn du nicht so viele Spackos hast, die verscheißen. Ja, das kann gut sein. Deswegen haben sie jetzt auch den Raid geteilt in WoW. So Leute, die Kribus und No-Brain dürfen nicht mehr mitkommen. Haha, recht jetzt. Ja, weil die immer nur noch hart verkackt haben, jedes Mal nur getrolt haben, nur scheiße gemacht. Funny. There he is, dude. Und wer hat dieses Ding gebaut? Das ist von den Gallia. Echt? Ne, ich glaube, gebaut haben die Allager das, aber die Gallia haben das irgendwie benutzt, um den wieder herzustellen, oder? Irgendwie sowas. Ja. Aber warum baut man sowas? Warum wollen die die Dinger herstellen, die Premiers? Because they're fucking idiots. Because they're fucking idiots. Ben, ich besochen. Ich muss mir das. uluspuk. encourage mich zusammen Gedanken zu, warum ich versuche die Dinger Moher-Hастen. was eigentlich mit deren eltern passiert Keine Ahnung Get me out, get me out, get me out of here Out, 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 out So Du würfelst mit Bedarf eine 97 Pock Hale Jens, jetzt die Familie oder die... Das Volk oder was? Das ist das Volk Wo wurden die? In Garlemalt 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 Ja Garlemalt 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 Out, 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 out... so was kann ich mit diesen komischen dingen machen allergischer äther stein nicht seltene ausrüstung diamant totem wo krieg ich denn das her ich ziehe nach schokopo rennen es gibt keine waffe für die samurai für rovena marken fucking racist ist das thank god wie sieht das aus das sieht schon cool aus fuck muss ich mit baden spielen na kann ich nicht bringen ist ja nur noch geil was zum baden zu spielen ja klar keine musik waren maybe aber da muss ich nur bis 31 spielen ob dann kriegt man das die instrument mein instrument was macht man mit den teilen mutter raritäten muss das jetzt echt googeln ok allergischer ätherstein allergischer ätherstein das an einem ausrüstungsgegenstand angebracht werden kann um dessen stärke zu erhöhen ok quasi sockel der und diese wurz nuggets das sind crafting materials hm gut 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 das machen wir jetzt als nächstes ins bett gehen ach du ne ich muss die versunkenen tempel von karen auf schwer noch machen ich auch und amdapor auch dann ja bingo schlungene schatten oh ja ok passt drei haben wir noch nicht gemacht ausgezeichnet so das ist so es ist genau das ist das ist doch klar war genau so genau dass es ist das ist Ja mindestens, man sieht überhaupt keine andere Klasse mehr, wenn nur noch die Bakus gespielt werden. Ja die sind halt cool und der Erzfeind feiert sie, also perfekt. Hat Rich Angst für den? Na ja, Rich hat angefangen einen zu spielen und dann hat er aufgehört, also ich denke schon, dass er sich unwohl fühlt. Intimidated, ganz tief in seiner genetischen Ebene ist das verankert. Der Samurai Codex ist genau das Gegenteil von dem was sie verkörpern. Ja genau. Ehre und Aufopferung. Und eine Art von Askese, also Bedürfnislosigkeit, keinen Besitz haben. Ja das geht ja gar nicht. Genau das Gegenteil von dem was sie machen. Hört man mich eigentlich husten? Nö. Echt krass. Man hört nur, dass du verschnupft bist. Ah. Aber husten heißt das nicht. Voll gut. Voll gut. Na finde ich nicht, ich höre Leute gerne husten. Ja, tut mir auch leid, dass du nicht hörst, aber mein Mikro ist echt zu gut. Das zeigt mir, dass sie suffern. Mhm. Habe ich schon, du Psychopatho. Hehehehe. Abgef-reakt der Psychopath. What? Wie? Adios muchachos. Oh fuck. Ich will auch mit Ewixer. Ich mag das, die Plattformen sind fucking Pog. Jugu, dude. Poggo. Voll Poggo. Nein, ziemlich ähnlich wie The Twinning. Forward and back. Oh. Ancient aircraft. Wahrscheinlich müssen wir das Terminal aktivieren, meine Freunde. Was für ein Terminal? Der Five Head in mir sagt, dass es true ist. Was für ein Terminal? Wo ist da ein Terminal? Der Spieler Tarquin Beyond steht schon drauf. Terminal wird aktiviert. Schau. Der blinde Samurai hat's gesehen. Ich hab's doch nicht gesehen. Hauptsache ist es aktiviert. Ja. Forward and back. Shit, dude. Die Erz verfolgen uns, bro. Bestes Soundtrack in game. Hey, wir haben ne Dark Knight Tank. Pog. Was ist jetzt los? Gehen wir runter oder nicht? Where the fuck am I? What the fuck are you? Ich hab' dich gerade herangezogen, als du hochgesprungen bist. Hehehehe. Timing-gü. Timing-gü. Woah. Is this weird? Ist das nochmal ne Hüpfburg oder was? Digger was is des? Ich war jetzt bestimmt schon dreimal hier oben Wir müssen warten bis sie umgeschaltet sind Wechseln immer die Richtung um alle Parten zu holen Es ist auch ein bisschen schwer Leute zu heilen die nicht da sind Not in range, not my problem Kannst du dynamisieren? Nö Das ist nämlich ein ziemlich cooler Spell Hätte mich auch gewundert Das ist wahrscheinlich vom Gelehrtipp I like my Scrawlers Scrawl auf der Böste Das ist das Wee Forward in trash Forward in trash Motherfucker Forward in trash What the fuck is going on? What the fuck is going on? Never ends Bring down the radar so lange Wir hatten erstmal ein Goldes gemacht Ich hab keine Ahnung, jetzt hab ich nicht geguckt Das wurde rausgeschnitten weil es so ein Circle Turk war Werd ich drum Wahrscheinlich Terminal please Oh shit Jo Dachtest du du bist doch erwischt ne? Nö Und Here They're back again Duke 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 Fucking Ninjas DPS DPS Wow, what? Spielenthalt beendet For your fucking ass? Ist das der Spielenthalt? War das der Wing? Das war der Wing Ja Geil Ich mein, besser als Spassion Cardinal für a Killen, aber Das ist wirklich bitter Das ist ja voll gut Alright Forward and back and forward and back Jawohl Sehr gut Ancient aircraft Kid 1994 Aaahhh Macht Ja? Heute auch erst wieder stundenlang Lahi gehört Das ist der perfekte Song zum saubermachen Highly recommend So, wo ist es? eines der gruppenmitglieder für die voraussetzung wofür würdest du mich hier schon wieder anmelden sie war extrem unter anderem getracked mach mal nirgern und scheiß den lola mit dungeon-trash jawoll du schieber cocksucker du geile sau ist die richtig na musste richtig rein ja mann es ist fake news sofia ist viel besser besser detaillierter ugubugu selbst die ugubugu-statue da oben ist besser sehe ich nicht mach dir auch noch da steht ein neger siehst du den auf der treppe ne echt hier ne seh ich nicht na da tatsächlich ne hab ich nicht gelesen äh gelesen gesehen ich auch nicht zuerst deswegen sag ich es ja gut getan das war echt gut ja deshalb sind jemand nachts unterwegs wenn es dunkel wird nachtaktiver schielender schwarze araber und übergewichtig war auch noch oh god was für eine missgeburt muss das gewesen frontengel das ist ein geiler titel ja vor allem mit dem körperbaum reverb verbaut neu das ist ich bin largen ich bin nichts ich bin nichts lieb nicht rets nachtaktiver wer sagt das? guzu stoppen du könntest du ihn immer noch? sonst ok haha momentan du könntest du den auf vielleicht hat er schon zweites mal gepult mittlerweile Äh, maybe. In Lona... ...Renhard Swin. Ist das eine Rülgarlin-Frau, die einen Monk spielt? Nee, das ist eine... eine Kote, oder? Nee. Wie meinst du? Wer ist dann die andere? Das ist ein Paladin-Tank, die Mikote. Okay. Okay. Jetzt habe ich gewohnt, habe die Paladin jetzt 10. Piu! Loot Damage. Ancient hole in the ground. Lona, Futo, die vierte. Wow. Der ist am Reihe wieder. Der ist wieder das Erste. Ja, I got the Agro. Oh, ich habe irgendwie eine Scheiße auf mir. Ich glaube, er darf nicht bei dem Ball stehen. Ja, true dude. Du steht schon wieder am Ball jetzt. Ancient. Ja. Ja. Ich glaube, er darf nicht bei dem Ball stehen. Shit, dude, er hat nur so viel Leben. End of a break. Ich bin einfach noch nicht. Ist der Sound eigentlich gefixt bei dir, oder? Immer noch nicht? Nee, immer noch nicht. Knapp. Pfff Go away Fuck you cunt Leg die Bälle in mein Yard SAURIN I'm running Fuck this Okay Motherfucker Ich wollte eigentlich mehr helfen Obwohl es sich so ausgesehen hat Don't believe you Hab ich aber nicht getaut wo du standest Vielleicht brauchst du für die Sicherheit Du weißt es nicht Du weißt es nicht Hey, chill Pucke Hahaha Fuck it Easy. Wenn du loodet. Wenn du loodet. Wenn du loodet. Auch den Ring. Loodet. Einen Mondstein finden. Geht sogar. Wölf, schau. Oh no, der Tank is running. We must be hoted. Was ist das für ein Ding? Penis. Ein Schuh. Ein Schuh. Ja, das ist ein Schuh. Und das andere ist eine Hand. Das heißt aber Kopf. Kopf des Stadthalters. Ah, es ist ein Kopf, ja. Kopf des Stadthalters. Es ist ein Schuh. Ja, es sieht aus wie ein Schuh. Dein Kopf sieht aus wie ein Schuh. Sehr gut. Look at it. Look at it. Es sind sogar zwei Köpfe. Huge. Tempelmilbe. Ja, irgendwas haben die mit Milben. Milbby. Kein AOE Cap. Oh. Da. Keiner. Den nimmt den Mondstein wieder auf, ey. Schweine. Mondstein. Mhm. I can't see him. Ja, weil ich ihn schon genommen hab. Jetzt drehen wir mal auf. Oh. He grabbed my ass. I grabbed. Mhm. Ah. 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 Ich bin ohne Gater. Das habe ich gehört. Oh. Oh. Oh, man. Oh. 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 Oh, oh. Sabotan der Kaiserin What the fuck Was 100.000 Knechte? 3000 Nadeln? 100.000 Nadeln ok Ahhhh No 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 Uh äh... Scheiße, ich hätte vielleicht auch reparieren sollen, ne? Oh fuck you Versteh' ich nicht Hast du das rotes Crip? Ne ne ne, noch nicht Das ist nur was unter 10%, das ist natürlich nicht so gut 75.000 Nadeln und sind wir tot, okay Und wie kriegt sie die Nadel? Wird's so krass? Und vielleicht dropen? Und wie ist das? Die Nadel ist zu weinen. Das war's für heute. Vielleicht, wenn Leute von den Nadeln getrocknet werden, dass man dann diese Pauze nach oben gibt. Ich glaube, wir haben die jetzt vorhin einfach nicht schnell genug gekillt. Jetzt muss ich ihn unterbrechen. Man muss die jetzt wahrscheinlich killen in der Zeit. Okay. 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 Jetzt go. Okay. 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 One hit, eh? Oh, damn. Gold ass. Resist. Du wirst das, was ich gerade gedacht habe, ey. Das ist super passend gewesen, der Comment. Ich habe auch gerade über Neger gehabt gedacht, dass sie genau so aussehen. Das ist super alt. Bei mir war es eins ganz spezifischer, als er letztes Jahr in den Medien war. Ah, der Georgie-Leute? Ja, genau. Der Georgie-Boy. Oh, du hast kein Damage bekommen. Ja, ich bin auch in so einem fucking Sarge hier drin jetzt. Oh. Woran redet uns das? King's Rest. Yes. Wo ist der Sarge? Ich bin schon wieder draußen. Oh, ja, ich bin schon wieder draußen. Ich bin jetzt in den Bombi und sterbe. Okay. So. Alright. Okay. Oh. Oh no. They got me. I got you. Ah. Ich werde jetzt die Schildraten sehen. Oh shit. Ah motherfucker. Von hinten haben sie nicht gekriegt. Was ist das? Bluch Du hast bei 4 verlippte die Kontrolle Und... ich hab 4 Killeet Super Limit-Projekt Monk Ist der verreckt, oder? Ja, geht's nicht Fucking Idiot Was warst du schon? Thank god Well deluded Hebst du den noch auf? Was? Den Monk Hab ich schon Ah Müssen seine Video-Sequels mal zu Ende schauen Ah Fucking Lala-Fell Ich bin so froh, dass ich es auf Deutsch umgestellt habe. Sehr gut. Ehrenmann. Das ist echt ein Erlebnis, man kann die Sprachttiefe ein bisschen mehr wertschätzen. Das war irgendwie ein cooler Dungeon, ja? Ja. Dann jetzt noch die Ruinen von Adampor. Scheiße, ich konnte nicht reparieren. Super. Das ist der Nachteil von den Instant Invites, du vergisst die wichtigen Dinge. Ja. Dann darfst du einfach nicht den One-Hit-Mechaniken drinstecken. Ich glaube, die ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Okay. Erhöhte Verwunderbarkeit. Super. Erhöhte Verwunderbarkeit. Fehenfurz. So is the ability to hack an Uchu casted. Fehenfurz, oh my god. Unironically. Get farted on. He needs room. 5000 Gegner besiegt. Okay. 5000. 200.000 gibt es auch. Erhöhte Verwunderbarkeit. Erhöhte Verwunderbarkeit. Erhöhte Verwunderbarkeit. Erhöhte Verwunderbarkeit. Erhöhte Verwunderbarkeit. Ich habe es knapp überlebt und den Schwertschlag danach gekillt. Erhöhte Verwunderbarkeit. Erhöhe. Warum bin ich da jetzt mal stehen geblieben? Es gab irgendeinen Grund. Motherfucker. Na, aber das schafft es noch, wenn er einen Auto-Attack macht, ja, sehr gut. Ich habe einen Auto-Attack. Schmuggler-Leggings, wie sehen wir aus? Pog, bitte auf. Perfekt. Ancient Echo. Cooler Dungeon, I like it. Ich mag den Boss auch. Den wir gerade gemacht haben. Ich glaube, der ist ganz cool. Okay. 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 Das war's. 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 Cooler. Das war's. 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 was. Das war's. 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 The war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was ist das? Bye, have a great time! Great! Kudos! 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 Very nice dungeon, yes! What? Cliffhäger? Yes, I have to repair it. What do I have to do, um Shiva Extreme freizuschalten? Shiva Hard, or what? I think I didn't have to do it. I didn't have to do it. I didn't play Shiva Hard. Fuck. I think I have to do it again. 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 If it's so easy. I have to do it again. Yes, fuckers. Yes. Here's a new threat for Shiva. Isn't good. Du kannst hier kein Reitier benutzen. Warum nicht? Warum nicht? Verboten ist. Von dem Lala-Fall höchstpersönlich verboten. Bring's Yaloum. Bring's Yaloum. Be water, my friend. Anruhe. Ruh. findest du auch dass es bis jetzt der kälteste sommer seit langem ist ist es auf jeden fall das war auch der längste Winter aller Zeiten schon wieder davor sehr gut wow holy shit wer ist das denn maskierte Mikote fucking kubing the parasite has got you so meld an Shiva let's go give me his mouth bin in der cutscene hei hei no kommt mir glatt die Lasagne wieder hoch ne mein norsk FC mit relativt nie FF14 spiele per uktik etere flere nordisk palaiting eter et freecompany ingenhus endermen wie kyora bars komabli mit tafell diese scheißprache uktik also 80 oder wie uktik 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 ok vielleicht was drauf was anderes uktik eter flere nordisk palaiting whatever fuck you in the ass lighting cut to scene die wie die halt gut gelaunt ist er hat ihre ganze crew in dieser scheiß ruine verloren und so hallo hier bin ich wieder grinst auch noch ein dummer sau scheiß larafell ich kann auf mich aufpassen dass seine ganze crew geopfert dummer sau wer was wer wie wann neneku die lalafell-fotze die wir aus dem tempel gerettet haben man sagt geschichte sei der knorpel der vergangenheit das ist ein lalafell-zitat da gebe ich nicht viel drauf nee es gibt ja auch gar keinen sinn verstehe ich nicht existiert nicht just ride a race krass wie sich keiner für den schieber-fighter meldet muss wohl scheiße sein ich verstehe nicht wie du eine Sache in meinen Dreck ziehst einfach so grundlos fuck das geht ganz leicht aber ich nichts davon ernst meine verstehe ich nicht tja vielen dank dass du meinen fans bist anthalus stiefel und anthalus retter aussehen holter meister monoclef Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe ein blaues Chocobo, oh my god. Ein hellblaues Chocobo. Ja. Was gibt dir denn zu fressen? Blaukraut oder was? Schlumpfe. Bah! Eat it, Chaos, eat your food. Ich mache meins schwarz, weil er Jinbo heißt. Was gibt es denn zu fressen? Dreck. Ich hätte es erwartet. Nibbers. Dreck. Niggerküsse. Das ist ein Racer Samurai. Ja, genau. Das gibt es dem zu essen. Nibber. Das ist ja ungesund. Wird es denn schwarz? Ja schon, aber er soll nicht laufen können. Wobei, das können sie eh. Ja, das können sie. Das einzige, was sie können. Ja, erstmal ein Gold muss dann auch schwarz machen. Der wilde, was er ja die Chromosome ändern, damit es schneller läuft. Da hat sich da extra ein Guide für angeguckt. Wie man die Chocobo breeden kann, ja? Klar geht das. Das ist Final Fantasy. Klar geht das. Ich verstehe nicht, wie du das nicht glauben kannst. Einfach ein non-believer. Ja, echt. True, dude. 9 Uhr. Das wird Zeit für Lotto. Oh shit, dude. Oh shit. 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 So, Mayong 1 gegen 1. Let's go. He's actually pretty chill and having fun with the game. Pretty chill, dude. Cool, cool, cool. He's pretty chill. I like Zachrar more. Too bad he only streams on Mondays and Fridays. here I don't understand what it is. DJ Bräuler DJ Bräuler, hm? Ja, wo ist Bock drauf? Shub-Niggurath, dude Ancient evil Ja, so heißt ja einer, Shub-Niggurath und der danzt Kirsten uns währenddessen alle Das ist ein Ein Verwandter von Cthulhu Was das fucking retard ist das? Ich bin ein Verwandter von einem Old Gorge, alles klar, Bro Ja? Shub-Niggurath 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 I'm a fire and I'm a laser Shub-Niggurath Gott, ey, wie sie sich jetzt alle hier hochporten... Du hörst nur Biu 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 Ich kann nicht mal die Hasenfrau ja klicken Herzlichen Glückwunsch, weil du so früh da bist, erhältst du ein paar Bonus-MGP dazu Ja oida! What? I'm on my way Motherfucker, hat er wieder nichts gewonnen, du Spacken Und wieder Tickets kaufen Fucking cock ass I got the 5-3-1-9 Fucking cock Fuck Da hat einer wirklich im Sagen-Chat geschrieben Fucking cock I almost got the number Hehehe Siebautoxicity Sehr schön Fucking cock Fucking cock Fucking cock Man! So, in der nächste Woche gewinne ich Biu Oh Ach, der Ring, den man kriegt, der ist echt nur zum Flexen Naja Dass du den Jackpot gewonnen hast Ja, du kannst das Ich hab jetzt erst gerafft, dass es ein Ring ist und kein Pad Keine Übereinstimmung Luz Riegel Und Kane Reeve Seine Gewinnzahlen 3-1-4-0 Die steppt grad voll aus seinem Cock, Alter Die steppt grad voll aus seinem Cock, Alter Oh my God Cockchain Oh my God Hehehe Ich find's geil, dass hier neben mir eine steht Die Kaff das wahrscheinlich grad genauso hat wie ich Hehehe Hehehe Oh my God Oh my God Shit, dude Warum ist die Queue jetzt offen? Ah ja ja Oh Shiba Jawoll Motherfucker Ich stell mal wenn hier die Action losgeht, muss ich irgendwas machen Äh, hatte ich meinen Sound irgendwo noch nicht gefixt Das war's. Fuckin' Drachenfickerin, let's go. Das Dodge! Da hast du vorher stehen und den Bogen auspackt. Was? Sie hat später den Bogen und wenn man den Bogen hat, dann würde ich von ihr weggehen. Also vor ihr weggehen. Von ihrer vorderseite weggehen. Passt. Ich bin eh mehr Ass-Man. Let's go. Ja, eben. Passt. Kill us, Dodge. 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 Los, Dodge. Lauter. Ach. Oh, fuck. Zwei Black Mages, ein Dragoon. Wo sind meine Samurais? Sehr schön. Keine Samurais, Gottseidank. Geht nicht mal in Ruhe hier. Ich würde das selber Limit-Break zum tausendsten Mal sehen. Ich drück das bei einem Balken. Ich drück das bei einem Balken. Das ist easier denn Ramuh. 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 Bin der St всchli wishes und SARAH план vereine. Wimplu. Wimplu. Wimplu, Quando Extent bleiben? Wimplu' Wimplu will so themen blir? Das ist alles sie Gianni. Wimplu will so themen und so weiter sehen. Ihr muss es tun als sie noch zwei zwei kannst. D same als sie einen Sport Mechaniczonen hat. Ich weiß nicht, wenn ich den Stab hat, okay. Ich kriege den Stroke, wenn ich so ein Gläser hätte. Nigga, was? Ich dachte, das ist ein Mentor, Herze. Ankers. Die Tüten, die heißt Ned White. Der redet, wenn er in den Chat schreibt, by the way. Ja. Ich weiß schon, der Mut bewegt sich. Der Typ hat zieler Augen. Mein Beileid. Ah, he's fucking, ja. So, was? Ich hab nichts gelesen. You need to die. Hey. If she switch to sword and shield, digga, das sehe ich nicht. Okay. But I do highly recommend watching a guide or reading before starting an extreme, though. Hat er eigentlich recht. Nö. Wenn ich mich da so rein im Fall anmelden kann, guck ich keine Cuts. Ich würde es ja besser zu wissen, was überhaupt auf mich zukommt. Das ist jetzt mein Preferenz. Das ist jetzt mein Preferenz. Stürzer. Das ist ein Schreiz. So. Oh, ist das. So. Acht, was? Und jetzt mal. Abonniert. Oh, dieit, was du. Oh, my god. Got it right. Ok, ich hab ein Stack von irgendwas. Ja, wir haben alle. Komm jetzt. Auf welches gehen wir? Auf alle, ok. Auf alle. Yo, wir haben uns erstmal gepasst. Was machen die Tanks? Ja, ich hab halt einen. Ah, noch ein Heiler, aber genau. Ich glaub die Eds sind identisch. Da gibt's keine Präferenz. Mhm. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Meinten wir diese Dinge, die überlappen am Boden? Jo. Wo dann der Blizzard runterkommt? Yes. Und wo ist dieser Safe-Spot? Das habe ich echt noch nicht ganz begriffen. Between the Circles, okay. Schau, fine-pull, easy-clap. Learning by doing. Fuck, guys. Ja, finde ich auch. Gut. Solange ich nicht der Einzige bin, der voll verkackt ist mir das eigentlich immer wurscht. So, der Vakuum könnte mich eigentlich fassen. So, was für heute? Das war's. Sie ist mit der Vakuum. Es ist mit der Trif. youh, das ist mit der Trif. Es ist mit dem Zufre. Sie ist mit der Trif. Das war's für heute. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Damage rein. Oh shit. 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 Das war der Bogen Warum dreht ihr denn weg mit dem Bogen? Oh, jetzt rutschen wir alle runter 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 Fuck Fuck, du bist du? Naja, buffert Gewohnen Wandkarte, nice da hab ich schon gib nope ruck gib pfff no gibs for the wicked ja hab ich auch gemerkt seitlich bist gefickt die dreht sich ja auch um ne das weiß ich nicht ach ja nachdem sie diese Fläche macht diese Kreise am Boden die überlappen damit der Boden rutscht dann muss er nicht mehr bewegen oder nicht mehr viel bewegen komplett ah das ist der Bogen okay okay so 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 let's go so 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 step on me face so so exactly what you wanted nope i refuse oh so 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 nice oh no not again god i hate this correct so 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 oh son so 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 Jetzt haben wir uns alle gecheckt, ja? Oh! Oh! Oof. Oof. Was das? Was das? Oh, das ist gut. ... ... ... ... ... ... ... Die gucken zu uns, ich glaub das ist nicht so gut. Ne. Leicht holen. Hammer. Das sind beide in der Don. Ich hab natürlich bis zum richtigen Arsenal geholfen. Ja. 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 Das ist kein gutes Ohm Go away! Fuck! LOL Ich habe ein Problem mit Zalala fällt Ich erinnere mich an eine andere Gruppe von Menschen Always damage Gut verdammt ... ... ... Jetzt sterbe ich gleich wieder. Halleluja. Ich hab zwar wieder zwei gefressen, aber reingehauen. Die Angst haben noch nicht so gut Damage gefasst, wie die Gimpline. Die Angst haben noch nicht geblieben. 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 Die Angst haben nur geblieben. Die Angst haben noch geblieben. Cool doch noch vom Timer! Lüge! Kann nicht sein! Fuck off! I hate all of you Holy shit So nice 50 i mean we fuck asses Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schade, ich hab mir gedacht der Robo lief da auch. Ja, abbrechen. Ja. Jawoll, let's go dude. Neuer Tank, zwei Gun Breaker und er wurde beendet. Pogcha. Ja, hat jetzt angemeldet und abgebrochen. Ja, irgendjemand hat abgebrochen und er hat auch wieder angemeldet, ja. Na gut. Oh, dann kam der dritte zu los hier. Wow. Menschen-Vibe aus Poggers aussieht. Hm. Die haben echt gute Gesichter, holy shit. Woodfab. Woodfab. Fahr noch ins Runde. slow- Borosсть Calgt. Thor Cost. Worst game-bar. Full final expd. Hah, ja. Son hat ganz schön rum macht ganz schön Lärm ja. Natürlich, ist auch ein Samurai. Dummste Klasse hingegen. Let me cut the wood. Cut the wood. Cut the wood. Cut the wood. Schwingt begeistert ihre Leuchtstäbe. Das mach ich ja auch jeden Tag. Schwing ich den begeistert. Ich mag meinen Leuchtstab. Ah ja ja. Fahr noch ins Rundell. Helfe, was finden wir jetzt alles in der Inhaltssuche? Jenseits Urts Quelle, Cap, West, Wind und Chrysalis. Ja. Volle Memes. Ist das Chrysalis Extrem oder? Nein. Es gibt kein Chrysalis Extrem. Musst du Chrysalis noch machen? Nein. Nein. Dann, was am I doing? Oh, no. Das war wieder voll rein Scheißen. Perfect. Mein Gott. Nicht hocks am Rettklingeln. 6 Kilometer Abstand bitte. 5 Kilometer Abstand. 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 6 Kilometer Abstand. 6 Kilometer Abstand. 6 Kilometer Abstand. 6 Kilometer Abstand. 7 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 Kilometer Abstand. 8 Kilometer Abstand. 8 Kilometer Abstand. 8 Kilometer Abstand. 8 Kilometer Abstand. Fuckin' faggot, ich weiß nicht. Ah, was ist er? Allahfuckbar 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 Das war's. Du bist ja schon, ich mach Limit-Break rein und da fahrst du sie weg. Ja. Ja, da fahrst du sie weg! Machst du dir Valid-Break jedes Mal, wenn eine Leiste voll ist? Das... Das ist die Ultima-Teil-Gage-Strategie! Ja Aber dann erschurst du, dass dir keiner wegmimmt Ja, aber so wichtig ist man das nicht Also ich find Trollen schon wichtig Das weiß ich Das ist der single biggest Issue you have Nein Cool, bro Und du's Das ist ein Eis world I'm gonna soak Do that Oh shit Was macht der Awe? Yo Das ist noch ein Damage Yo Oh Yo Jetzt müssen wir wirklich saugen werden Raus hier Ah shit, man kriegt den Penalty, wenn man liebt Das ist richtig Was hast du uns angetan? Warum sind wir jetzt so scheiß weht? Ich hab's Trollen Ja, ist doch nur okay Ja, das verstehe Du willst einsteigen Ja, das ist schon mal Nein, das ist schon mal God, I hate him so much Oh. Ich hab das Gefühl, wir haben so gut wie gar nichts gesaugt dieses Mal. Ja, irgendwie sehe ich. Jetzt sind wir im Damage. Oh, du Schwanzer. Forward, back, forward, back. Ich glaube, da hinten ist direkt drin. Ich hab drei Hits aus. Das ist ein Palladay. F***ing Palladay. Das ist ja unglaublich. Schlimmer als ein Dark Knight. Ja, ein Dark Knight hat vorher überhaupt Geld. Der andere hatte acht Stacks an Damage, äh, irgendwie in dem Buff. Und hat viel mehr ausgehalten, als dieser f***ing Dark Knight. Und der hat gar keinen Ensign-Stack hatte. Oh, das ist möglich. Ich dachte, Hank ist brain-dead. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Stop jumping! Ja, rennt er doch so rein. Ich f***ing hate'em so much. Ich weiß ihm am liebsten mein Schwert an den Kopf. Dreckspass. Ich bin nicht mehr davon gerade. Oh, Code is going on. 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 Ya. Ja? Bro, Panic! Wieso, das ist er rotiert, oder? Ja! Dieser Basti! F*** you! Das gibt's nicht, ey! Idiots, J-Guts! Ja, irgendwie jeder! F***ing Idiots! Ja! Ja Fühlung ist mutual Wir schlaufen und enden jetzt zu dem Samurai Da hast du einen Volkl an, da er die Kugel nicht sorgen kann Ob du auch den Volkl anbricht Pog-Chain Pog-Chain Das ist ein fucking genius Kannst du den aussehen? Pog-Chain 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 Er verendet Wann wenn die so powerful sind, warum verlieren die dann ständig gegen uns? Machs nur fucking sense Häng mal Er Muss man den nach in der Mitte aussuchen? Vielleicht musst du den Kometen fangen, sorry bro Oh, let's do this, alle tot Wie zur Hölle, haben wir das beim ersten Mal gemacht? Oh my fucking god Ist da alles harteste? And no one else can take that, ich hab grad einen getaped, du schmerz Fake news Der Tank wäre da nie und immer rechtzeitig reingegangen Aber gut, ich hoffe, das wird keiner, fuck you Wipe wir halt hier, 5.000 mal Dann machen wir auch neun Tanks für die Mechanik In this Animating Cult is so flubberde 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 Let loose the dogs on Infawars Hehehe Nooks Alter, regt mich der Feiler an, ey. Was hast du uns hier angetaunt? Weiß auch nicht Such devastation, wenn man uns mit Tension hört Wie stupid er ist Wollt nur, dass du den Arm halten, der wird schätzen wie ein stupid Feiler heißt Das ist genau so stupid Interoperative Ich bin Queerbonant Ja Hast du ihn vergessen? Queer bist du Queer, ja? Finde ich Queer Ass Ich hab Privilege, genau Oh, fuck Wer von euch niggern tankte jetzt? I can't do whatever I want, dude Beide Wir stehen beide vor uns aus Alter, der ist fast fach, ey Da hast du gesehen, wie viel damage der kriegt in 3 Sekunden übelst Da krieg ich einen Cast zurück Du hast schon ein Heilerprobleme Ja Ja Das ist Mein Tank will auch ein Problem Wie muss ich schaust? Alles ist ein Heilerprobleme, wenn man es auszieht Ja? Bis auf dem DPS-Check Oh, wenn wir die Tür rüchten Fuck ja, den will auch nicht Hahahaha Ich glaube, wenn es wenig damage ist, ist ein Heilerprobleme Ja Irgendwie schon Irgendwie schon, ja Irgendwie schon, ja Was macht der dann? Achso Aber E2 ist ein Verbot mit der Caddy Vielleicht nix mit der Boot Da rennt er weg vor der Kugel anstatt das so Hiiii Da kriegt er voll aus das Maul Ja, ich muss die Mechanik machen Und er up the fucking ass Aber wieder mal Na, jetzt bin ich tot Nee Ich dachte, der Laser kriegt mich Aber jetzt bin ich tot Du Sack Da bringst du lieber Hahahaha Ah Jetzt ist es qualvoll, jetzt ist es Nein Ich lehne ab I refuse Lass mich einfach heal Again Oh god, eu Temporäre Unverwundbarkeit Why does it have to be temporaire? I'll cut it out Codid Warum brauchst du dich nicht bei Because I can, mothafucka I am the one who kills you in the mouth normally Soak the kugel Soak 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 the fucking meteor Soak the fucking meteor Soak every fucking meteor No, der hat gesagt nur die Tanks machen das jetzt I'm not doing anything Nerv ein Gudan Soak Ach das war's schon Lame Wow Oh Wo das die Tanks gemacht haben Lol Der Port ist sicher zurück Den Haupt-Tank jetzt vermieden lässt du Easy Easy Samurai LB3 kein Problem fucking skip mit viel hätte ich gekochen nicht gesagt ich hätte es nie wieder ein dummes soll erstmal ein tank geben commendation ja, tyson hat am meisten geleistet danke für die run, have a good night thanks for giving me ass cancer it's what i wanted bye und jetzt odin, shiva ja klingt gut yo, nibba odin, odin, odin ass, man, gold bullsinn also, weil immer noch im selben equipment rumläuft jetzt geht dis zum chat, weil der kohle ist endlich ist mhm es wird auf den hoffen und in ein bisschen und mal ike Vielen Dank.